Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute gibt es den Hamburger Royal Barbecue Bacon im Test und ihr könnt es auch schon auf dem Schild erkennen, ich habe gesündigt. Der Hamburger Royal Smoke, den ich auch für euch getestet habe, hat ja so schöne französische Rostrestzwiebeln drauf. Der hätte normale Zwiebeln drauf gehabt und das sei mir doch ein bisschen zu much. Deswegen habe ich ihn, sorry, Asche auf mein Haupt ohne Zwiebeln bestellt, aber Barbecue gibt es ja eine richtig schöne Westernsoße, die werde ich auf jeden Fall für euch probieren. Wir alle wissen ja auch, wie Zwiebeln schmecken und wer sie mag, soll sie gerne nehmen, aber ich bin leider im Team No Zwiebeln unterwegs. Den gibt es auch aktuell so um die 6 Euro bei McDonalds, die Preise können sich ja ein bisschen unterscheiden, die nach Filiale und den werde ich jetzt mal aufmachen und dann euch in Großaufnahme zeigen und gleich für euch probieren. Auch wieder hierbei dabei, 2 Scheiben Käse sind am Start, oben und unten und jetzt von ganz nah. So und jetzt wird mal das Burgergeheimnis gelüftet. Hm, scheint auf jeden Fall genügend Soße drauf zu sein. Die Gurke seht ihr auch, sind 2 Gurken drauf, 2 oder sind sogar 3 Scheiben Bacon, Käse und weil da keine Zwiebeln drauf sind, sieht der vielleicht ein bisschen traurig aus, aber man kann ihn auch so probieren, finde ich, weil der Geschmack, der steckt ja hier definitiv in der Westernsoße, im Käse, im Bacon und in den Gurken und jetzt wird endlich mal probiert. Hm, ich finde auch, dass der Bacon richtig geil aussieht, richtig schön knusprig. Und die Westernsoße kennt ihr wahrscheinlich von McDonalds, die ist schön würzig, rauchig. Boah, mit dem Bacon. Eine richtig geile Sache. Wow, also so einzeln betrachtet mit der Soße, geil, richtig lecker. Mit dem Zwiebeln kommt bestimmt dann auch richtiges McRib-Feeling auf. Auch wenn es hier Rindfleisch ist und kein Schweinefleisch, aber der McRib besteht ja zu 50% gefühlt aus dieser Barbecue-Soße. Boah, und die ist echt lecker. Und vor allen Dingen, es ist genügend Soße drauf, richtig schöner, sapschiger Burger. Jetzt im Vergleich zu dem Royal Smoky, zu dem Hamburg Royal Smoky, der so ein bisschen mit einer anderen Soße daherkommt, ist der nicht ganz so innovativ, muss ich sagen, weil es ist diese Westernsoße, die man schon kennt und es sind auch nicht keine Röstzwiebeln als alternative Zutat drauf, sondern wäre normale Zwiebeln gewesen. Aber lecker ist der allemal. Was mache ich damit? Als Smoky habe ich 9 Punkte gegeben. Ich würde dem hier 8 Punkte geben. Es sind beides sehr leckere, gut gelungene Burger. Kleiner Favorit ist der Smoky. Vielleicht habt ihr auch schon beide probiert. Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Aber der hier kann auch was. Also zwei echt leckere Hamburger Royal Variationen, gerade mit McDonalds unterwegs. Und ja, wenn ihr mich in weiteren Videos sehen wollt, es werden ja auch Süßigkeiten hier getestet und Co., dann könnt ihr den Kanal hier abonnieren, Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüssi! Tschüssi!